Wenn ihr in der nächsten Mathearbeit über Kurvendiskussionen ein richtig gutes Ergebnis erzielen wollt, darf ein realitätsnahes Beispiel in eurer Vorbereitung auf keinen Fall fehlen. Genau das schauen wir uns jetzt an. Also, viel Spaß! Zunächst werfen wir einen genauen Blick auf die Aufgabenstellung. Führe eine vollständige Kurvendiskussion zur Funktion x hoch 5 minus 10 Drittel x hoch 3 minus 1 durch. Eine solche Kurvendiskussion enthält die Extrempunkte, die Wendepunkte, die Sattelpunkte, die Monotonieabschnitte und das Verhalten im Unendlichen. Wir haben zu all diesen Themen spezifische Videos gemacht und verlinken sie euch an den entsprechenden Stellen. Für die Bestimmung aller besonderen Punkte dieser Kurvendiskussion werden wir die erste, zweite und dritte Ableitung benötigen. Das heißt, wir leiten zuerst die zu untersuchende Funktion ab und erhalten 5x hoch 4 minus 10 Drittel mal 3x Quadrat oder auch 5x hoch 4 minus 10x Quadrat. Leiten wir dies erneut ab, gelangen wir zur zweiten Ableitung, 20x hoch 3 minus 20x. Zuletzt bestimmen wir die dritte Ableitung, welche 60x Quadrat minus 20 ist. Nachdem wir die Basis für unsere Kurvendiskussion gelegt haben, rechnen wir die Extrempunkte aus. Dabei muss entsprechend des notwendigen Kriteriums die erste Ableitung gleich 0 gesetzt werden. Da die erste Ableitung eine biquadratische Funktion ist, bedienen wir uns der Substitution und setzen x Quadrat gleich z. Wir erhalten dadurch eine quadratische Funktion, von der wir die Nullstellen mithilfe der ABC- bzw. der Mitternachtsformel oder auch der PQ-Formel errechnen können. Mit beiden Formeln erhalten wir für z die Lösungen 2 und 0. Da wir anfänglich substituiert haben, müssen wir diese Werte resubstituieren, um zu den Lösungen für x zu gelangen. Für z gleich 0 erhalten wir x gleich 0 als Lösung und für z gleich 2 sind die beiden Wurzelterme, Wurzel aus 2 und Minuswurzel aus 2, die Ergebnisse. Wir wissen also nun, welche drei Stellen mögliche Extreme abbilden und setzen diese in die zweite Ableitung ein, um auf das hinreichende Kriterium zu prüfen. Bei f' von Wurzel 2 erhalten wir 28, was größer als 0 ist. Es liegt also ein Tiefpunkt bei Wurzel 2 vor. Bei f' von Minuswurzel aus 2 erhalten wir Minus 28, was kleiner als 0 ist und daher auf einen Hochpunkt bei Minuswurzel aus 2 hinweist. Zuletzt setzen wir 0 in die zweite Ableitung ein und erhalten 0. Dies erfüllt das hinreichende Kriterium nicht, das heißt an dieser Stelle liegt kein Extrempunkt vor. Wir können nun die zugehörigen y-Koordinaten der Extremstellen ausrechnen, um die Extrempunkte zu erhalten. Bei Wurzel 2 beträgt diese Minus 4,8 und bei Minuswurzel 2 ist die y-Koordinate 2,8. Unsere Extrempunkte lauten also Wurzel 2, minus 4,8 und Minuswurzel 2, 2,8. Berechnen wir als nächstes die Wendepunkte. Hierfür setzen wir zuerst die zweite Ableitung gleich 0, um mögliche Wendestellen herauszufinden. Um diese Gleichung zu lösen, teilen wir durch 20 und Klammern x aus. Dadurch erhalten wir zwei Faktoren, wovon nur einer 0 sein muss, damit der ganze Ausdruck 0 ergibt. Für den ersten Faktor erreichen wir dies durch den x-Wert 0, für den anderen durch 1 und Minus 1. Damit haben wir alle möglichen Wendestellen herausgefunden und setzen die x-Werte nun in die dritte Ableitung ein, um die Wendestellen zu spezifizieren. Für 1 und Minus 1 erhalten wir 40, was ein Rechts-Links-Wendepunkt an dieser Stelle impliziert. Und für 0 erhalten wir Minus 20, es liegt also ein Links-Rechts-Wendepunkt vor. Um die y-Koordinaten für die Wendepunkte zu erhalten, setzen wir die x-Werte in die Ausgangsfunktion ein und erhalten Minus 3,33, Minus 1 und 1,33. Wir kennen nun also die Lage aller Wendepunkte und machen weiter mit den Sattelpunkten. Für diese müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Die Lösungen hierfür kennen wir bereits aus unseren Berechnungen der Extremstellen, nämlich x gleich 0, x gleich Wurzel 2 und x gleich Minuswurzel 2. An diesen Stellen muss geprüft werden, ob die zweite Ableitung gleich 0 ist. Wie vorhin ausgerechnet, haben wir dies nur für x gleich 0. Im dritten Schritt setzen wir den x-Wert 0 in die dritte Ableitung ein und erhalten Minus 20, was gleichzeitig eine Bestätigung des Sattelpunktes ist, als auch ein Indikator eines Links-Rechts-Sattelpunktes. Wir können die x-Koordinate 0 abschließend in die Ausgangsfunktion einsetzen, um die y-Koordinate zu erhalten. Diese beträgt Minus 1. Das heißt, am Punkt 0, Minus 1 liegt nicht nur irgendein Wendepunkt vor, wie vorhin berechnet, sondern es handelt sich im Speziellen um einen Sattelpunkt. Untersuchen wir nun das Verhalten im Unendlichen. Hierfür schauen wir uns an, wie sich das x mit dem größeren Exponenten verändert, wenn die x-Werte gegen unendlich oder minusunendlich laufen. Da dieses in der Funktion am dominantesten in Bezug auf Wachstum ist und so das Verhalten im Unendlichen bestimmt. Die Funktion nähert sich unendlich, wenn wir die x-Werte gegen unendlich laufen lassen, da wir keinen negativen Vorfaktor haben. Da 5 als größter Exponent allerdings ein ungerader Exponent ist, läuft die Funktion gegen minusunendlich, wenn die x-Werte gegen minusunendlich laufen. Mithilfe der bereits berechneten Extrempunkte und Sattelpunkte können wir uns die Monotonieabschnitte visualisieren. In der Aufzeichnung sehen wir, dass die Steigung von minusunendlich bis zum ersten Extrempunkt, also Minuswurzel 2, streng monoton steigend ist. Zwischen den Extrempunkten, also Minuswurzel 2 und Wurzel 2, ist die Steigung aufgrund des Sattelpunktes nur monoton fallend. Und ab dem Extrempunkt bei Wurzel 2 verläuft die Funktion wieder streng monoton steigend. Zum Abschluss können wir die errechneten Punkte und Eigenschaften durch den Funktionsgrafen grob kontrollieren. Die errechneten Extrempunkte liegen genau wie Wendepunkte und Sattelpunkte an den von uns vermuteten Stellen. Außerdem sind die Monotonieabschnitte sowie das Verhalten im Unendlichen stimmig. Und wir sehen einen streng monotonen Anstieg, einen zwischenzeitlichen monotonen Abfall und anschließend wieder einen Anstieg. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.